Nein! Nein! Ich habe überlebt. Alles cool. Alles ganz cool. Flo! Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge BadWars. Aber heute mal ein bisschen anders als sonst. Denn heute sind wir in einer 8x1 Runde und nur mit Florian und mir. Und ja, das wird bestimmt lustig. Also wir haben das so gemacht, dass wir jetzt zuerst einen Nicht-Angriffspakt schießen. Ich bin Türkis. Der Werte-Flori ist orange. Gold. So haben wir das gemacht. Willst du noch irgendwas erzählen? Ähm, ja. Tobi ist scheiße. Ähm, Torben auch. Ich bin der Beste. Das ist eine Lüge. So, der Torben. Gibt es hier irgendwo auch einen Gold-Spawner auf der Insel? Ja, in der Mitte. Da braucht sich grad schon. Ja, in der Mitte. Hey, ich sicher erst mal meine Base ein bisschen. Ach nee. Bevor hier so 10.000 Leute durchrushen. So, das ist geschehen, meine Freunde. Und jetzt können wir uns an den Rest wagen. Dieser aber groß-weiten Welt. Wir gönnen uns jetzt hier ein schickes Ding und dann ein schickes Rüstungsding. Team Pink, siehst du, Flo? Oder vernünftig. Siehst du, es ist richtig so. Siehst du, Gott sei Dank, du bist nicht in Pink gegangen. Du hast mal wieder richtig auf mich gehört. So. Rüstung haben wir. Ey, wo gibt's... Das Ding haben wir. Ja, sicher. Ohne, den hab ich gar nicht gesehen. Und, ähm... Ja, komm. Gebt mir. Und das Ding haben wir. Das Ding ziehen wir an. Und wie ist deine Taktik so? Meine Taktik ist erstmal ein bisschen zurückhaltend. Ja, ist bei mir genau. Aber auch ein bisschen offensiv. Also, ich kann mich noch nicht richtig entscheiden, ne? So, jetzt haben wir jetzt Schutzein. Team Yellow ist nicht. Das packen wir mal hier rein. Ach du Scheiße, wo ist denn... Ach, das ist die Mitte. Okay. Gut, das holen wir uns. Das schon wollen, steh mit da. Ja, gehst du da schon rein? Sicher. YOLO. PVP-Action. Ui, jetzt ein Goldflop-Schar, den kann man nicht rausreißen. So, Leute. Wir wollen ja auch ein bisschen Action hier raus machen. Ich bin Pink-Türkis. Ich bin Team-Türkis. Und Flori ist Team Orange. Was du schon sagtest. Ja, hab ich. Ja. Aber man kann es ja nicht genug erwähnen. Aber es ist ja Team Gold, ne? Ja, Team Gold. Wir wollen ja vorne nicht sein. Obwohl es für mich mehr nach Orange aussieht. Ja, aber da steht ja... Wenn man es auswählt, steht da Orange und sonst steht da Gold. Irgendwie farbierend. Alter, bisher komme ich ganz gechillt in die Mitte, muss ich sagen. Aber die Blöcke reichen gar nicht. Wo nach halb ist denn dann? Ist eigentlich nicht. Dann schreit mein Bruder mal wieder. Chrissi, sei mal ein bisschen leiser. Du, mir. Sei mal ein bisschen leiser. Ich weiß auch nicht, das wird ja nichts. Du musst immer die Klappe halten. Da ist ganz 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 Holland überflutet. So, Specials. We need something like this, my friends. We need this wonderful Sophia. Yeah. So, jetzt haben wir uns halt hier schön eingerichtet. Da unten ist auch schon ein Chiller. Der denkt sich, ich zerstöre den, aber da hat er die Rechnung ohne den Torben gemacht, weißt du? Weil der Torben macht die Rechnung nämlich immer mit dem anderen Gegner und er ist tot. Gut. Oh, ihr schwarz seht ja im Chat scheiße. Alter, ich zerstöre schwarz. Ohne Witz. Ich zerstöre sie. Er wird mich vielleicht runterboxen. Er hat mich runtergeboxt. Fuck! Warum habe ich keine Sophias geschickt? Und warum sterbe ich nicht mal? Ich muss mich neu equipen, bevor die kommt. Bevor der kommt. Boah, Alter. Schwarze und ich liefern uns jetzt ein... Ich bin so dumm. Was habe ich hier gebaut? Okay, der Schwarze equipt sich auch neu. Das heißt, ich habe auch ein bisschen Zeit hier. Na, gib mir doch ein Schwert. All I need is a sword. Da kommt er. Er kommt. Er will Beef. Nein, er ist viel besser equipt als ich. Er ist viel... Er will mich töten. Ich bin... Ich habe verloren. Ich versuche alles. Noch das zu retten. Ach, du bist gar nicht flau, oder was? Nein. Ich bin... Oh, äh, türkis. Boah, ich gritte ihn mit der Hand. Okay, respawn hier. Go. Äh, nicht go. Go. Ich muss alles tun, um den zu zerstören. Der Sterben ist kaum einer in der Mitte. Ja, geh in die Mitte, Alter. Bin ich doch. Geh doch mal kaputt. Wie viel hält der denn aus? Ich schlag den 10 Milliliter mal mit der Hand. Jetzt hat er eine Spitzacke. Nee. 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 Nicht machen. Nicht machen. Nicht machen. Nicht machen. Wie viel der aushält. Ohne Witz. Der muss anderthalb Leben oder so haben. Oh, nee. Der ist... Ich bin tot. Nein. Ich habe ihn getötet. Das ist ein Witz. Naja, dann kannst du dich jetzt voll und ganz auf mich kentrieren. Zeige ich dir mal, wie das richtig geht. Ich lege ja noch. Ach so, nur dein Bett wurde zerstört. Richtig. Ah, der wird jetzt kommen, um mich zu vernichten. Aber da hat er die Rechnung ohne den Torben gemacht. Denn der denkt jetzt, der gibt jetzt bestimmt auf. Da hat er die Rechnung ohne den Torben gemacht. So, da ist erst mal einer runtergeflogen. So. D2. Meine Freunde, wir passen jetzt hier ein bisschen auf, holen uns ein paar neue Blöckchens. Und dann zerstören wir einfach sein Bett. Dann machen wir da einfach umgekehrt. Solange nämlich er uns nicht tötet, sind wir ja noch eigentlich voll dabei. So was lassen wir uns... Da ist er. Guten Tag, Freundchen. Willst du hier hochkommen? Oh Gott, der wurde runtergeschossen. Ja, von mir. Nice. Dann gehe ich jetzt zu dem Flo. Danke. You're awesome. Nein. Nein. Ich habe überlebt. Alles cool. Alles ganz cool. Flo, willst du sehen, wo ich bin? Bist du hier unten am Rand? Guck mal. Da ist er. Oh, er ist runtergefallen. Hier unten bei dem. An der Base. Lol, bei ihm. Ja, guck mal. Lol, was bist du da denn? Der kommt runter. Ja, ich weiß doch. Aber ich bin... Ich habe mich hier gerettet. Und ich muss mich jetzt hochbauen irgendwie. Ohne, dass der es checkt. Oder du destroyst ihn in der Zeit. Also schieß ihn einfach ab. Das wäre mega. Das würde mir den Vorteil geben, mich fertig zu machen. Und für den Krieg zu rüsten. Ja, der kommt aber. Ja, ja, schieß ihn einfach ab. Ja, ich versuche jetzt da drüber zu gehen. Okay, er ist tot. Mal wieder getötet. Vom einzig wahren Master. Ich hoffe, in der Zeit... Scheiße, der eine kommt auch. Kleiner Penner. Du bist natürlich vor. Und ciao. Alter, der läuft erst mal runter. Also du musst da erst mal... Ich bin so gut wie oben, Flo. Schieß ihn noch einmal ab, dann bin ich oben. Ja, er kommt. Ich sehe das. Jetzt schieß ihn. Oh nein, du hast mich getroffen. Gib Gas, Torben. Geschnetzelt. Fuck, der hat seinen Bank so krass gesichert. Bau sein Spawn von Früh. Das ist eine gute Idee. Bye. Nein, der spawnt oben drauf. Boah, Flo, du musst mir helfen. Weiß ich nicht. Ich versuche, den... ...immer runterzuschützen. Ich kann das noch schaffen. Meine Holzschmutzack, ich schubst ihn immer runter. Und ich bin so gut wie durch. Ich muss ihn jetzt noch einmal runterhauen. Geh runter. Und jetzt baue ich mich durch. Am Arsch, du Wichser. Am Arsch, hm? Ja? Du hättest dir gewünschen sollen... Also, der ist davon gekommen. Der rennt in die Mitte. Aber sein Bett ist einfach mal kaputt. Mama, töte mich. Komm. Ja, gib's mir. Gib's mir. Geh runter. Und tot. So, Freundchen. Habe ich doch gesagt, du hast die Rechnung ohne den Torben gemacht. Gut. Das wäre schon mal geklärt, weil hier der Babo im Reich ist. So, Flo. Ich habe Schwarz gerade vernichtet, ne? Ja, ich habe auch eins vernichtet. Dann kommen wir in die Mitte. Tue ich. So, gut. Noch voll dabei, der Torben. Ups. Kommt doch, wenn ich ihn nehme, dann sind ein paar T- und T-Shirt. Macht ja nichts. Pass auf, einer von Rot kommt. So, danke für das Gold Floor. Das schweiß ich zu schätzen. Achso, ja. Hier, ich gebe dir noch zwei. Nein, brauchst du nicht. Sammel du alles eins. Ich kann alleine... Ich komme alleine zurecht, solange du mich nicht angreifst. Ist alles cool. Gelb noch da. Also, sind zwei Baysen theoretisch. Oh, es lebt nur noch einer. Hä? Ich habe bei mir ja auch zwei... Ich greife einen an. Achso, ja, tu doch. Dann können wir gleich... Okay, du hast kein Bett natürlich. Du hast dein Bett natürlich noch. Das ist natürlich... Da muss ich ein bisschen taktischer vorgehen. Also, das wird richtig schwer für mich. Höchstwahrscheinlich. Oh, fuck, der hat einen Bogen. Okay, Leute, schreibt jetzt in die Kommentare, wer das Ding hier gewinnt. Da habe ich mir erst mal ein falsche Kettenbrust-Ding gekauft. Alter, aber der hat seinen Bett richtig um Pays zugebaut. Also, Leute, schreibt jetzt in die Kommis, wer das Ding gewinnt. Ihr seht gerade, wie ich mich für den Endkampf mit Flo equippe. Und ja, da sind wir doch mal alle gespannt, wie das hier ausgehen wird. Nicht? Nicht wahr, meine Freunde? Bringt er das mal runter. Team Red wurde auch vernichtet. Ja, jetzt stopp, aber jetzt noch kein Empfang, bitte. Jetzt, äh, jetzt... Ich bin tot. Wie das? Ja, GG, geile Runde. Nice. Torben? Okay, das ist komisch. Wahrscheinlich springe ich einfach in die Lava hier, Leute. Wenn euch das Runde gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.